Aus der Seefahrer-Nation Nummer 1 in Europa, er kommt aus Österreich. Genauer gesagt, aus dem Salzburger Land und verabschiedet. Matthias, wie schmeckt der Champagner? Wunderbar, wie Muttermilch. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus unseren und ihren General Manager, Wolfgang Pichler. Wolfgang, gute Arbeit. Lieber Stefan, wir sprechen. Sehr gerne. So, liebe Gäste, eine wunderschöne guten Abend und recht herzlich willkommen an Bord von Ida Stella. Ja, im Namen der Schiffsleitung, im Namen der gesamten Besatzung, ja, sagen wir einfach grüß Gott und schön, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns nahmisch, dass wir Sie heute begrüßen. Okay, ich werde Hochdeutsch sprechen. Ist das scheider? Nein! Verstehen Sie mich? Super, super, wunderbar. Hey, Spaß beiseite. Ja, liebe Gäste, auch für uns eine einmalige Veranstaltung. In 20 Jahren, Ida hat es, glaube ich, so etwas noch nie gegeben, dass wir hier vor dieser traumhaften Kulisse von Dubai ein wertartiges Event stattfinden lassen. Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir auf Ida Stella die Möglichkeit haben, Sie hier begrüßen zu dürfen. Wir haben ein Programm zusammengestellt. Liebe Gäste, Sie können sich auf einen traumhaften, wunderbaren Abend freuen. Wir haben zurzeit 2140 Gäste an Bord und Sie begrüßen wir recht herzlich noch dazu. Gemeinsam mit unseren Gästen wollen wir heute einen traumhaften Abend vollbringen. Wir haben ein super tolles Bullet für Sie gestaltet. Wir haben ein traumhaftes Rahmenprogramm zusammengestellt. Wir haben jemanden eingeladen oder mehrere Personen eingeladen. Das haben Sie auf Ida noch nicht erlebt oder auf den Ida Schiffen auf Ida Stella auch nicht. Nicht einmal die Taufe hat es gehabt und das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns einfach gute Unterhaltung. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen!